Ich habe alles die Fotografie für diese in den Schatten, ich kann dir auf dem Bild auch schenken, äh schinken, 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 oder schinken, Poschuto. Aspetta, c'è, ma il più bello, non si vede, dell'americana. Die americana hier, das ist die grosse, oder? Ja, das sind die grossen. Sie sind die grossen, ja? Mit Zirkuswagen. Ich wusste noch legal, dann spitzte man. Jetzt muss man es nicht teurer machen, als wenn ich es... Wo haben wir die Lokomotiva? Jetzt hat man einen von 5 Fr. per Locchi. Nicht pro Kilo. Lokomotiva, Lokomotiva. Ja, ich schicke dir, ich habe schon... Hast du ein Foto? Ich habe ein Foto, ich schicke dir. Du? Ich habe ein grosses Interesse. Das ist sehr interessant. Ja, wirklich. Dass sie nicht so für Kinder ist. Nein, nein, das ist nicht für Kinder, das darfst du nicht für Kinder angeben. Und, guck mal, die Schiene, die breiter sind. Ja, die kenne ich, die sind die richtig grossen Schienen, ja, zum Stecken. Ja. Und dann, das läuft da auch, elektrisch. Ja. Also Transformator auch dazu. Ich weiß nicht, irgendwo ist alles da. Ja, okay, ja, ja. Guck mal. Die Häuser. Gibt es alle. Da habe ich so viele Häuser hier. Guck mal. Ja. Guck mal, wie die gemacht sind. Ja, genau. Ja. Diese Häuser, die sind schon gemalt, schon zusammengestellt. Ja. Und was war das noch? Das sind so viele, ja. Da gibt es so viele noch, guck mal. Ja. Da kannst du das ganze Material zusammenbauen, die ganze Sache zu bauen. Ja. Das sind so. Aber ich schick dir die ganze, die, die auf. Ja. Diese, auf dem Karton, da habe ich auch die Bilder gemacht. Okay. Und damit hier noch mehr. Nicht nur das. Weil ich habe die amerikanische, die, 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 wie heißt das? Das Zug. Description. Der, 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 der spezielle Zug in, 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 in Amerika. Santa Fe. Santa Fe. Und die ganze Häuser, du weißt noch nicht mal, kannst du dir vorstellen. Santa Fe. Die sind. Die sind. Ja, grün morgen, ja. Und da gibt es so viele. Siehst du, wie viel die sind? Das sind so viel Material. Sehr viel. Ja, vielleicht, nehmen wir die da. Da, guck mal, da. Da gibt es eine ganze. Die sind richtig schwer. Hier, guck mal. Hier. Siehst du? Die sind, die sind so. Nur das ist 800. Ja. Nur das. Ja. Und das ist mega toll. Du musst, du musst. Weil ich sehe, die große Modelle. Guck mal, das. Das ist sehr interessant. Mhm. Die sind ganz super. Und die ganze Häuser. Hier drin, blöd. Da gibt es so viele Häuser. Ja. Sehst du diese? Da gibt es so viele Häuser da. Die sind fast. Guck mal. Guck mal, diese Häuser. Die sind sehr gut gepflegt. Das gibt es. Und da unten, nein, das ist das Material, so, warte, 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 du kannst dir ja nicht vorstellen, wie viel die Sehne, ja, siehstest du, und ja, wirklich, da kannst du dir nicht so verschiedene Sachen machen, und das ist auch sehr, sehr interessant, da gibt es einen ganzen Ange, die Transformatoren, die sind auch, da, die sind zwei Stück, da gibt es auch schon noch eine, ja, gibt es auch, das muss, die muss nur geflechtet werden, die meisten sind alles in der originalen Schartel, ja, ja, siehst du, da musst du mich nicht, die sind.